www.bamufeld.de www.bamufeld.de Ich auch nicht. Der ist ja nicht mal durch. Das ist ein starker Mammutbaum. Das ist ein dicker Du. Du Markus, der geht. Der zum Baum fällt. So, Markus, komm. Das sieht sogar cool aus, wie der die Motorsäge hebt. Ja, komm, lad auf. Tue hinter Asht und lad auf. Äh, auch rechte Maus drehen und drehen. Ja, zum Staub machen. So, jetzt kommt mein Stütz. Ja, das sieht schon gut aus, oder? Das ist schon gut gemacht. Da kann nämlich einer fahren, einer hinten drauf hocken und der macht das gleich alles. Ja, wenn du willst, kannst du auch machen. Mir ist egal. Ja, wollt ihr nicht mal den Baumstumpf entlasten oder wollt ihr den gleich so aufladen? Ja, den laden so. 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 Ja, gut. Dann brauche ich hier Schwertransport-Bust, bitte. Gibt's den auch? Ja. Und dann einfach anschmeißen und fertig. Mit dem Scheiß-Sick, mit dem Xbox Scheiß-Sick ist das voll geil. So. So. Er hat mal die Seegang. Ja. Okay. Ja, gut. Jawohl. So. Zurück. Ja. Zurück. Ja. Die ist immer noch nicht weg. Ah, okay. Du stehst so wie bei LS13, wursgleich ganz weg ist, sondern das... Du musst gleich weg, ja. Ah, okay. Das ist gut. Ja. Die musst du ja mit der Maus auch selber runter und hoch tun. Ja. Da ist schon der Chef, aber weiß nicht mal seine Maschine hier. Ja, guck. Der Lehrling, der kennt dich da schon aus, der hat das alles schon getestet. Ja, der ausbildende. Das waren die ersten Maschinen, wo ich gleich hässchen hab' müssen. Der ausdruckst du? Nee. Du musst vor. Und vorne das mit der... den Schutz musst du runter tun. Äh, die linke Maus zerstört. Drückst du mal F1? Das siehst du alles. Ja, aber der Schutz ist ja da, dass du eigentlich keine Sägespäne abkriegst. Ja, ob du musst jetzt auch Runde tun. Ja, aber... Es ist schon weg. Nee. Doch, der ist eine Stück ist weg. Den Schutz weg geht und mache. Vorher Runden tun. Ist schon ganz unten. Der Schutz weg. Ja, genau. Warte mal, lass mich mal, bitte. Da ist sie schon oben. Na unten, guck. Bei mir ist nur oben. bei mir schon nach unten was denn warte ich gucke warte Prozent rechte Ausstattung nach oben oder nach unten der Baustumfusen ja jetzt tut er langsam da ich brauche ihren Kranzführung ich habe keine Boah, das gibt voll Gas, Mann. Ich hab keinen Schein dafür. Ey, was ist denn das jetzt? Was macht der jetzt da? Entasten? Okay. Da geht er in die Knie. Ich auch nicht schlecht. Ja, wir sollen ja nicht entasten. So, ja doch, muss ja. Ist sie schon weg, oder? Ja, ist sie schon weg. Du hast gerade gesagt, du musst so... Mann, Kuss. Das war ein Job, Mann. Eichhör. Der geht voll Gas, Mann. Mit was? Was? Das ist ein Geist. Es war auch da. Es ist nicht mehr da. Wo ist meine Husqvarna? Hallo. Ja, Mann. Das ist eine Husqvarna, die ich in der Hand hatte. Die Dui war zwei Jahre lang mit Ratschapsgarten. Ich kenn mich da aus mit Motorseege. Und sogar mit Beinfällen. Und sogar mit Beinfällen. Das ist eine Husqvarna, die ich in der Hand hatte. Wie ist so Affe steig jetzt hier auf den Bein rum. Wie kann man die Dingemotorsäge nehmen? Schräg... Ah, okay. So rechte Maustaste und dann so... Ja, du kannst ja richtig schräg, du. Ja, ist Gewohnheitssache. Sagen wir mal so. Voll geil, der geht in die Knie, Mann. Das ist cool. Gib Stoff, Alter. Jawoll, Alter. Texas Chainsaw Massaker, du. Die, die zu klein sind, die verschwinden da. Ich hab da keine. Ich hab das eine. Oh, Junge, die wackelt aber voll. Oh, jetzt. Sieht aber auch so halb angeschnitten aus. So, der Baumstamm. Der vorderen. Bis zur Hälfte oder so. Bei mir ruckelt es voll. Warte mal. Nur langsam. Keine Panik auf der Titanic. Ja, ging doch. Na guck, ich bin der Fahrer. Ja, wir zwei seien. Ich hätte dann gern behalten. Immer end. Und von Klinik. Ja, wo zu lang. Ähm, das ist noch hälftig. Kurz kurz nach dem. Äh, soll ich sagen. Nee, da ist es nach dem Stoppel. Recht, recht, recht. Ja, genau da. Da, da wo, nee, weiter rechts. Von hier jetzt. Rechts. Nein, nein, nicht links. Ja, so, ein bisschen noch. Warte, warte, warte. Ja, weil ich das Stück aber schon in der Hand hab, äh, in der Zange hab, weißt? Da, genau, Tobias. Da, hier. So ungefähr. Ich will bei dir nutzen. Nach dem. Ja, hier so, ja. Ja, genau. Ja. Ja, du musst halt immer gucken, dass du halt nicht so viel abnimmst. Also immer, immer die Hälfte eigentlich. Musst du mal abschneiden. Musst du halt gucken, dass es nicht komplett rauskommt. Was für ein Ding? Ach, die foltert die Stämme. Komm her jetzt. Ja, so ist gut, jawohl, ja. Nach unten, nach unten, nach unten. Genau, runter, 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 runter. Jawohl, lass los, fertig. Fast. Karte vergrößern. Und auf G geht gar nichts mehr, ne? Ja, Geräte wechseln. Auf G? Kommt bei mir gar nichts. Ja. Geht nichts, geht nichts mit der Hälfte. Was? Eine Maustaste? Was mühmer? Ja, der. Was mit Schiff? Warte mal, was mühmer bitte. Okay. Warte mal, warte mal. Bei mir spinnt die Zange voll. Nee, ich bin nicht. Kannst du die mal hoch oder runter? Nix. Hä? Was weiß ich das für ein Scheiß? Kannst du bloß zangen jetzt so und fertig machen. Na ja, aber du kannst das für ein Scheiß? Ja, du kannst ja auch dagegen fahren und dann auf den Hänger fahren. Das ist merkwürdiger. Ja. Was denn? Ja, die da. Jetzt will ich es auch noch kapieren. Ja, wie mit der Schaufel, hä? Ach, den ganzen? Ja. Das ganze Fahrzeug. Ich kann auch gar nix machen. Ja, du musst das nicht machen. Ja, wahrscheinlich kann er jetzt. Geh mal. Jetzt drück mal. Nee, geht gar nix. Ich kann nicht. Ja. Ja, vielleicht ist es auch so, weil, kann schon vielleicht auch gar nix ändern. Weil da muss ja dann einer drauf hocken. Ja. Nee. Nee. Wie ganz weg. Nee, passt doch so. Hättest du ihn draufschmeißen können. Hättest du mit. Nee, lass doch. Nee, lass doch. Du hättest eigentlich das Ding, den ganzen Stamm nehmen können und draufhauen können auf den Engel. Der Geilfach. Dann kriegen wir da Geld dazu, oder was? Ja, jetzt hast du einen Kleiner gemacht. Tschö. Nee, lass so. Das passt schon die Länge. Das ist schon okay so. Ja. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Ja, wie sieht das am eigentlich? Was? Cool. Ja, du kannst ja auch mit deinem Tethoskop aufladen. Probieren geht über studieren. Wenn ich, wenn ich, ich mach das schon. Ich mach das schon immer aufladen. Mit dem Tele, wenn ich es nicht hinkriegen sollte. Ja, der Markus ist immer dafür. Ich muss schon ein bisschen weiter hoch und die Gabel schräge machen. Ja. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Nein, nein. Ich bin so gut. Du hattest den Baum schon gerade fünf Meter von dir weg. Ja doch, so sieht es bei mir aus. Da guck du mir jetzt. Ja, aber bei mir ist normal. Jawoll. 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 Ja. 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 Fehlen aber Pausen, Baumstimme. Jetzt fahr mal, fahr mal ein bisschen vor. Weil wir sollten die noch entaschen. Bei mir liegen nur Haufen Äste rum. Doch. So. Ja. Ja. Wir haben ja zwei Meter Schöne. Hä? Da geht's. Mit der Fräse. Ja, einer weg. Aber weg. Aber weg. Aber weg. Aber weg. Aber weg. Aber weg. Auf weg. Ja, schatzen. Was? Boah, die Uhr. So, jetzt können wir die Baumstämme ja ausladen. Da hat es doch hier noch welche, oder nicht? Nee, da ist alles weg. Alles weg? Bei mir ist alles weg. Bei mir nicht. Die Äste sind alle weg, die Baumstämme liegen da. Ja, bei mir sind sie auch nicht weg. Bei mir sind sie weg. Ich habe sie gerade weggemacht. Nee, da hat er wieder Motorsäge gemacht. Bei mir liegen nur noch Baumstämme rum. Was, bei der Motorsäge? Ja, weil volllaufen, durchsägen, fertig. Ich muss die quer nehmen. Nee, kann schon gerade nehmen. Weil man... Einfach die, wenn du die Motorsäge normal hast, einfach drehen und dann drüber fahren. Bei mir ist es weg. Aber wenn ich jetzt einsteige, dann sehe ich auch noch ein paar. Nee, ich habe bloß nur eine Baumstämme vor mir. Sorry. Ja, die Äste habe ich ja weggemacht. Aber mein Bruder sieht die Äste immer noch, obwohl ich sie eigentlich weggemacht habe. Und bei dem siehst du noch, Markus? Ja. Ja, ich sehe es ja. Dass er es nicht weggemacht hat. Nee. Ja doch, jetzt. Jetzt habe ich einen gezählt. Dann müssen sie aber schon lange weg. Was ist das für ein Scheiß? Ich sag mal, ich denke mal, im nächsten Update wird es schon verbessert sein. Ja, bei mir auch das längere da. So ein Hochraum. Da ist doch wieder da. Bei mir ist es genau hinter dem Anhänger noch weg. Ja, genau da. Nee. Also bei mir nicht? Ja, auch nicht. Ja, so ist es bei mir auch. Aber ich sehe immer noch einen. Jetzt habe ich was. Guck. 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 Ja, ja. Das kannst du selber auf F Da ist ja jetzt gerade hier auch gar kein Licht von dem Hänger Du kannst das Licht von dem Kran selber noch anmachen Dann brauchst du das Licht eigentlich von dem Traktor nicht Zange, Zange, die beide Maustaschen drücken und dann nach oben drücken Die fallen nicht raus Ja, ich habe das heute schon alles in der Karriere gemacht Ich habe das schon alles ausprobiert Das geht eigentlich Am Anfang habe ich mir auch schwer getan, bis ich es mal langsam gemacht habe und dann ging es immer schneller Das mit der Schaufel da oder mit dem Greifen hätten sie auch ein bisschen besser machen können Dass das so hin und her rutscht immer Dass er halt fest bleibt Ich denke mal, da gibt es auf jeden Fall besseren Moods auch Ich denke mal, das werden jetzt die Tester sowieso auch spielen Und noch die Fehler korrigieren lassen Ich bin ja mal gespannt Dass sie beim nächsten Update dann verbessert werden Das ist ja echtlich, das ragt raus, Kollege Also wenn man den Baumstamm zuguckt, also wenn der nicht sauft, dann hätte der jetzt schon lang gekotzt. Was ist im Tränen? Du kannst aber da weiter zurück tun, das weiss ich auch. Also den Namen einziehen. Genau! Naja, ein bisschen vor. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, okay. Nee, bei mir nicht. Ja, dann mach halt mal. Dann musst du mal loslassen mit dem Glück. Ja, du hast beide Maustaschen nach links oder rechts an die Maus geschoben. Dann dreht sich das... Du musst bloß die rechte Maustaschen. Nein. Er muss beide Maustaschen drücken, um die Zange auf- und zuzumachen. Und wenn er links und rechts die Maus schiebt, dann dreht sich die Zange. Ja, dann muss er nach oben, dann geht die Zange ja auf. Nach unten. Dann geht sie auf. jo, ich vermiet, gell? jo, ich vomit, gell. Die Äschte, die schiebst bei mir einen Traktor rein. Doch, das muss ich mal gucken. Ich seh da nix, Marco. Ja, bei mir. Keine Ahnung, wir sehen halt nix. Ich hab nicht mal der Rundumleuchte hier. Was ist das für ein Scheiß? Ja, für die Politiker ist Zigerei. Weil die können nix mit Sägewerk anfangen. Darf ich fahren, oder? Warte kurz. Jetzt macht der das Licht wieder aus? Nee, ich hab's angemacht, jetzt mach ich's an. Die haben vorne ja auch das Licht an, aber das sieht gar nicht. Was ist das für ein Scheiß? Naja. Wer? Äh. Wer? Ich weiß es nicht. Da gibt's ne Tab-Taste. Gibt's besser. Hehehe. Da müssen wir hin, Tobias. Ach, Sägerei. Oh, ah, Alter. Das sind wir, Mann. Das fährst du an der halben Stunde, Mann. Hehehe, das täuscht. Falsch, falsch, falsch. Er war gut. Okay. Hehehe. Hehehe. Oh. Hehehe. Hehehe. Der war gut. Ich stecke es fest hier. Bei mir verschieben sie es. Ja, bei mir auch. Bei mir sind sie fast an der Anhängung. Recht. Bei mir rutschen die Baumstämme entweder in den Bulldog rein oder seitlich. Ja, bei mir auch gerade. Ich bin schon nicht der Einzige. Nach links. Ja, die Stufen, die hätten sie ja nicht lassen können. Die 1, 2, 3. Was an der Tankstelle links. Die sind ja verarschen. Ja. Ja. Bei mir sind die Baumstämme weg. Im Bulldog sind sie drin. Ja. Ja, klar. Oha. Ein bisschen. Das ist gut. Also gestern hatte ich keine Probleme. Gestern ist das Spiel einwandfrei online gelaufen. Ja. Ja. Das habe ich auch gelesen. Ja. 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 Ich bin schon abgeladen, ja. Sind weg. Du fährst einfach bloß hier rein und fertig. Okay. 1000. 1042. 1049.